Liebe Mitdemonstrierende, liebe Studierende und liebe Kolleginnen und Kollegen, angesichts der steigenden Studierendenzahlen fordern die Baden-Württembergischen Hochschulen, aber auch wir Gewerkschaften gemeinsam mit euch Studierenden, mehr Geld vom Land. Andernfalls sehen sie Forschung, Lehre sowie letztendlich auch die Studienplätze gefährdet. Die Bildungsgewerkschaft GEW unterstützt diese Forderung. Wie ihr mitbekommen habt, für die Jahre 2021 bis 2025 belauft sich der zusätzliche Bedarf an Hochschulen an 1,2 Milliarden Euro. Und in den aktuellen Verhandlungen zum Hochschulfinanzierungsvertrag ist die Landesregierung noch nicht einmal dazu bereit, die Hälfte dieser Summe zur Verfügung zu stellen. Ich meine, was ein Skandal ist, liebe Studierende und Mitdemonstrierende. Ihr habt vorhin mitbekommen, in den vergangenen 20 Jahren in Baden-Württemberg sind die Steuereinnahmen um knapp unter 50 Prozent gestiegen. Aber es gab einen realen Rückgang der Landeszuschüsse der Studierenden von 33 Prozent. Das ist ein Skandal, liebe Mitdemonstrierende. Ihr habt auch alle mitbekommen, die Studierendenzahlen an den baden-württembergischen Hochschulen sind stetig gestiegen. Im Vergleich dazu im Wintersemester zu acht, neun, knapp 260.000 Studierende, so sind wir momentan bei 360.000 Studierenden. Die damit einhergehenden Belastungen wurden vor allem mit temporären Programmen und Zusatzbelastungen bewältigt. Was bedeutet das? Dadurch haben sich natürlich auch die Rahmenbedingungen für euch, für euch Studierende, aber auch für die in Forschung stetig verschlechtert, aber auch die Arbeitsbedingungen des wissenschaftlichen Mittelbaus und der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erschwert. Die Beschäftigten an den Hochschulen leiden seit Jahren unter einer hohen Befristungsquote. Die rasant wachsenden Studierendenzahlen sind nicht sinnvoll, durch neue prekäre Projektstellen und den wissenschaftlichen Nachwuchs ohne Perspektiven zu ermöglichen, zu bewältigen. Das ist ein Skandal, liebe Studierende. Studierende brauchen erfahrenes und dauerhaft an den Hochschulen tätiges Personal und junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler brauchen vertretbare Berufsperspektiven. Ihre Situation wird sich durch die momentane Verhandlung des Hochschulfinanzierungsvertrags nicht verbessern. Mit den Auswirkungen dieser Einsparpolitik sind auch Studierende und somit auch ihr konfrontiert. Eine katastrophale Betreuungsrelation zwischen Studierenden und Professorinnen, überfüllte Vorlesungen und Seminare, ausfallende Tutorien und letztendlich auch eine zu hohe Studienabbruchquote. Wir demonstrieren weiterhin gemeinsam mit euch auch am 30.10. für eine bessere Hochschulfinanzierung und zu der Demo am 30.10. seid ihr herzlich eingeladen. Diese finden dezentral an euren Hochschulstandorten statt. Dazu rufen verschiedene Akteurinnen auf, die sich für eine solide Grundfinanzierung im Hochschulsystem einsetzen. Und Bildung ist eine der wichtigsten Ressourcen von Wissenschaft und gerade für den Wissensstandort Baden-Württemberg unerlässlich. Lasst uns gemeinsam weiterhin dafür kämpfen, dass unsere Hochschulen besser ausgestattet werden. Vielen Dank! Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, wir als Deutscher Gewerkschaftsbund stehen klar hinter der Forderung unserer Mitgliedsgewerkschaft GEW. Daher werde ich die Forderung jetzt auch nicht nochmal wiederholen. Es ist klar, es braucht mehr Geld. Warum wir als Gewerkschaftsbund heute hier mit dabei sind, hat auch damit zu tun, dass an der Uni verschiedenste Gruppen sind, die alle mit dem gleichen Problem der Unterfinanzierung zu kämpfen haben. Meine Kollegin hat gerade schon die Postdoc-Stellen angesprochen und die Präkarisierung im Mittelbau. Was allerdings im öffentlichen Fokus noch nicht den Platz hat, den es haben sollte, ist, dass zum Beispiel auch das Reinigungspersonal an der Uni immer mehr outgesourst wird und so Tarifflucht begangen wird. Die CDU hat so für bessere Arbeitsbedingungen zum Beispiel bei der Firma Lorenz in Freiburg gestreikt. Auch hier ist also Bewegung, auch hier muss mehr Geld her und wir sind auch für gute Arbeitsbedingungen an der Universität bei der Reinigung. Und was es heute also auch geht, ist sich nicht auseinander dividieren zu lassen. Heute sind dreieinhalbtausend Menschen hier. Das ist gut, aber wir sind noch viel mehr. Das nächste Mal muss auch das Reinigungspersonal noch stärker angesprochen werden. Wir müssen den Mittelbau hierher bekommen und wir müssen dafür sorgen, gemeinsam dazustehen und zu sagen, es ist egal, welche Tätigkeit wir an der Uni machen, welche Ausbildung wir haben. Die Universitäten müssen gut finanziert sein und gute Ausbildungsbedingungen und gute Arbeitsbedingungen sind für alle notwendig. Und in diesem Sinne sehen wir uns am 30. Da werden wir wieder auf der Straße sein und so gut wie das heute angefangen hat, werden wir noch mehr sein.